Hallentor! Hallo, ich habe eben nicht davon gesprochen. Das war übrigens das Dach vor dem Gerichtsgebäude. Ich bin gespannt, wo wir uns jetzt hier prügeln. Achso. Wir sind... Na komm schon. ...bei Ra's al Ghul in der Nähe. Bei den extremen Herausforderungen kommen... Ach, kommen wir jetzt auch schon. Ja, gut. Ich wollte sagen, da kommen nämlich auch die Ninjas, beziehungsweise die Assassins vor. Ha 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 ha! Von wegen du weichst mir aus, ich weich dir aus und batsch dich mal. Machen wir's kurz. So, den Burschen mit den... mit seiner Panzerung kümmern wir uns noch. Aber später, jetzt habe ich gerade keine Zeit. Treiben wir euch mal. Na, bist du fertig. Nein, du lässt mich in Ruhe, ich muss mich jetzt um den Hinder kümmern. Nein! Hinten anstellen, hatte ich gesagt. Nein! Hinten anstellen! Hinten anstellen, kapiert ihr denn das nicht? Jungs! So, jetzt muss ich erstmal hier wieder aus der Ecke rauskommen. Haben wir Multi-Aushalten für euch? Damit haben wir schon zwei Medaillen. So. Das läuft doch. Nein! Warum habe ich das gemacht? Ich habe zu spät gesehen, dass da von hinten noch einer kam. So ein Mist. Das hätte es eine schön höhere Multiplikator gegeben. Du Arsch! Ein Schlag und man verliert 5000 Punkte in der Endauswertung, weil es dann keinen perfekten Ritterbonus gibt. Aber hey! Ich habe mich trotzdem besser gestellt als davor. Hey, was? Ey, was? Die verarschen mich doch gerade. Geh weg! Nein, du wirst sterben. Den wollte ich gar nicht ausschalten, so. Aber egal. Was? Meine Kombu ist schon wieder down. Was? Das gibt's doch nicht. Jetzt mache ich denn nur einen Fehler am anderen. Das lassen wir. Das lassen wir. Das lassen wir, habe ich gesagt. Oh nein! Nein! Was mache ich denn? Was mache ich denn? Oh, ich bin so ein Idiot. Ich sagte noch, damit bin ich zufrieden. Und jetzt? Naja. 6000 sind trotzdem mitgeklass. Toll! Keine perfekte Free Flow mehr. Oh, ihr seid doch alle so Hunde. Dann treiben wir sie jetzt so hoch wie es geht. Und setzen so viel Variation an wie möglich. Geh weg! Weg gehen! Ich will ja erstmal die 32.000 Punkte haben. Dann ist es mir egal, was du machst. So. Aber jetzt tanzen wir ein bisschen. Un, deux, trois. Un, deux, trois. So! Ninjas! Und Assassins! Eigentlich sind sie Assassinen, aber die werden im Spiel oft auch... Oh! Du bist so ein Kunde. Oft auch als Ninjas bezeichnet. Na gut. Der Unterschied ist jetzt auch... Waage gesagt, eigentlich nicht all zu groß. Aber ich werde jetzt hier nicht so gut anfangen. Ich meine, ich kenne den Unterschied auch gut. Oh! Hohohoho! Voll kick in the face! Obwohl diese von uns haben immerhin noch 50.000 geschafft. Das... Wäre interessant zu... Äh... Mal zu überlegen. Aber herauszufinden, wie viel ich geschafft hätte. Hätte ich nicht so rumgedurbt. Gut! Die erste Reihe haben wir. Achso, warte mal. Ich sag dir... Haha, hier geht's schon zu extrem. Dann bleiben wir doch weiterhin bei Batman und machen den Extrem miteinander. Mit einem anderen Kostüm. Und die Kampagnen dann auch in anderem. Ich habe mich da geirrt. Aber das macht ja nichts. Ich komme trotzdem noch in, äh... Die Möglichkeit, alles zu zeigen. Dank der Kampagnen-Karten und den DLC-Karten. Machen wir auf jeden Fall jetzt noch Schläger am Lachkabine. Das ist, glaube ich, auch die erste Stage mit 60.000. Das ist die erste Stage, wo wir auch stärkere Gegner bekommen. Also Abramovic und Titan werden jetzt auch noch mitkloppen. Das wird insbesondere bei der extremen Version krass. Ich finde, die ist, obwohl sie eigentlich bei den Extremen als vorletzte kommt. Was ja dann eigentlich vom Schwierigkeitsgrad her die zweitschwierigste sein müsste. Finde ich, ist die schwieriger als die letzte von den Extremen. Aber gut. Ich meine, es ist auch ganz schön hoher Betrag, den sie hier von einem verlangen. Und 15.000 für die erste, 30 Schaus für die zweite und 60.000 für die dritte. Was war das? Hau weg hier. Du bist der Nächste? Nein! Okay, ich mache jetzt mal dein Messer kaputt. Nein! Wieso hat denn der das abgewehrt? Ich habe ihn doch... Oh, ich hatte ihn doch beträumt. Jetzt kommen langsam wieder die Stages, bei denen ich nur Mist gemacht habe! Bapsack. Das gibt's doch nicht! Boah, ist das schlecht. Ich glaube, die starte ich gleich noch von vorne. Du bist tot, Batman! Verpiss dich. Was hilfst du denn? Und tschüss. Das wird jetzt scheiße knapp. Vorsichtiger erst. Na gut, versuch es. Was willst du tun, Batman? Mit euch kämpfe. Nein! Wieso denn? Das hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Das wird wie gut, Bansi! Okay, jetzt muss ich versuchen, diese Kombo aufrechtzuerhalten. Ich mache deinen Schild kaputt. Und... Boah, war der ja knapp. Musste er es schaffen. Mit dem Niederschlag gegen den. Nein, nein, nein. Dann mache ich dein Messer jetzt kaputt. Weg! Hoffentlich wirft jetzt niemand was. Weil ich nix sehe. Boah! Der war knapp. Der hat mich beinahe rausgedreht. Nein! Du Hund! Aber egal. Wir haben gleich 30.000. Trotzdem. Scheiße war's! Der Mond schien helle. Dein Arschlag auf der Krankenstation. Hahaha! Bleiben wir mal einen Moment im Free-Focus-Modus. Okay. Okay! Das wird jetzt scheißendreck knapp. Ich glaube jetzt kommt ein Titan. Oder Abramowicz. Ich bin mir grad nicht sicher. Einer von beiden. Könnt ihr haben. Abramowicz! Ich nutze ihn für Kollateralscheiden. Es gibt nämlich auch einen kleinen Bonus. So. Jetzt schaffen wir die 60.000. Wenn's auch scheißendreck knapp war. Aber Abramowicz. Ist da euer, euer Ticket. An der Stelle. Ist weg. Was wollt ihr denn eigentlich? Komm, versuchen wir mal eine hunderte Kombo. Hä? Wie wär's damit? Es ist keiner mit Panzerung hier. Also ist es machbar. Weil der hätte mir jetzt die vielleicht noch verhunzen können, wenn ich nicht aufgepasst hätte. Und da haben wir die hunderte. Mal sehen, ob wir die jetzt beibehalten können. Ich versuche jetzt mal mit Absicht. Nein! Ich sagte wir wollen versuchen die beizubehalten und du Arsch verhunzt sie mir. Ich wollte nämlich sagen, wir versuchen jetzt mal im Free-Focus zu bleiben. Oh, jetzt mach ich ja nur Mist. Egal. Also. Ich hab, äh, hundert... ...vierzehn tausend von daher. Ich muss grad aufs Spiel konzentrieren. Den kann ich nicht so gut! Leer Zahlen lesen! Außerdem kommt die... ...wahrscheinlich noch höher. Nein! Oh! Was mach ich denn? Das war wieder nix. Quatsch. Okay. Auch wenn ich so ne hohe Punktzahl hab, ganz so ne tolle Leistung war das nun doch nicht. Genkirby macht nur Quatsch. Dürft ihr mal in die Kommentare an dieser Stelle schreiben. Gefängnisabstand! Und die letzte von den regulären Kämpfen. 32.000 Punkte sind gefordert. Und dann geben wir erstmal ne Runde Stealthen. Na komm. Und... ...jetzt wundert man sich wahrscheinlich warum das weniger sind als eben davor. Weniger Punkte. Das liegt einfach daran. Jetzt kämpfen wir gegen Tigerwachen und die haben halt auch ne höhere Ausdauer. Ich hab keine Zeit für sowas. Und es kam halt pro Kampf nimmer ein Element mehr hinzu. Wie man sehen konnte. Jetzt kommen... ...kamen noch die Sterbe hinzu. Ich muss mal hinter den kommen. Also wir kämpfen auch gegen normale Gefangenen, aber auch gegen Tigerwachen, wie gesagt. So... Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Der Bodenschlag hat nen ordentlichen Bonus gebracht. Und... Oh... Dein Bein ist verdreht. Sehr schön. Wir haben schon fast 8000. Du hast nicht getauch eine Chance. Du hast nicht getauch eine Chance. Für den ersten Durchgang. So... Machen wir mal Schild Nummer 1 kaputt. Ach was? Wieso hat's denn meine Kombi unterbrochen? Machen wir mal dein Leuchtebchen kaputt. Ein Feature, das ich sehr gerne ausnutze, weil Batman der einzige ist, der Waffen zerstören kann. Hey! Das gibt's doch nicht. Der Hund hat mich erwischt. Wir machen es fertig! Naja... Mir kommen trotzdem noch die 32.000. Auch wenn... Er mir jetzt wieder 5000 Punkte abge... ...geknüpft hat. BAMS! Aber wir haben schon fast 16.000. It's okay, it's alright. Ihr seid sowas von erledigt. Ich fang gerne mit dieser Rutschattacke an. Um mir einen kleinen Bonus zu verschaffen. Hohoho! Du, Barrow! Weg! Hab zwar niemanden getroffen. Na toll! Na toll! Weg in dir! Jakob Jakobsen! Kleiner Trick jetzt vielleicht, den ich hätte auch anwenden sollen. Ähm... In diesen... Kampfmaps, wenn man... Gegner mit Panzer rum hat. Sollte man vielleicht dafür sorgen. Dass man... ...bevor man nochmal angreift, um um sich zu gehen, sie noch einmal betäubt. Egal! Kriegen wir trotzdem hier in die 32.000. Ich marschiere hier voll durch, ey. Nein, nein. Aber es kommen noch... Mapster mache Scheiße. Oh, ich wollte... Ich wollte eigentlich die andere Kombination verwenden, in der ich... ...dein... ...schild kaputt mache. Ich mach mich mal so kaputt. So. Leuchttäbchen weg! Ach, was? Ich bin noch ausgewiesen, Babsäcke! So. 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 Ich hab gekontert. Hallo. Oh, du Hund, ey. Nein! Nein! Lass mich in Rudelshau. So. Nein! jetzt haben wir schon nur fehler nur fehler trotzdem könnte meine videos als orientierung nehmen aus diesem kampf rauskommen können diese trotzdem als orientierung nehmen wenn ihr eine platin Trophäe wollt weil die werden wir am ende dieses Let's Plays auch haben hab ich mal langsam die faxen dicke ja das gibt Rückenschmerzen wenn da so eine Fledermoss angeflogen kommt das war eine schlechte Runde aber egal wir haben immerhin drei jetzt gehen wir erstmal eine Runde rumsteilfen da freue ich mich schon mehr drauf